Einen schönen guten Tag, mein Name ist Vera Kremlstein-Glorius. Ich bin die Wirtin und Leibköchin dieses Gasthauses in Helbert Heiligenstadt in der Wilhelmstraße 22 im Gasthaus St. Martin. Die Qualität unserer Speisen zeichnet sich durch die Kreativität, die Leidenschaft und die frischen Zutaten unserer Köchin aus. Täglich bieten wir unseren Gästen einen abwechslungsreichen Mittagstisch mit Speisen aus der Region, handgemacht und frisch, nach den Rezepturen unserer Vorfahren. Auch ideal für Ihr Wendt ist unser Martinsgewölbe. Liebevoll hergerichtet verwöhnen wir Sie mit lokulischen Köstlichkeiten und exzellenten Weinen. Unsere Cocktails sind geschüttelt, nicht gerührt. Wenn Sie nach Heiligenstadt kommen, verpassen Sie nicht eines der schönsten Gasthäuser des Eichsfeldes. Vielen Dank.